Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 19. August Aber seine Gnade ist wie der Tau auf dem Gras, Sprüche 19, Vers 12 Im Jahre 1919 waren die Verliese und Zellen des Zentralgefängnisses in Riga vollgestopft mit Menschen, die in den politischen Wirren als Geiseln verhaftet worden waren. Jeden Tag wurden einige erschossen. Wenn der Abend hereinbrach, ging die Verzweiflung durch die Todesräume. Und dann geschah es, dass Abend für Abend ein Lied aufklang. Ein gefangenes junges Mädchen, Marion von Claude, sang den Verzweifelten ihr Lied. Da wurde es still in den Zellen, wenn Marion von Claude sang. Ich rühm die Gnade, die mir heilgebracht. Und nun ein völlig anderes Bild. Es ist 3000 Jahre früher. In einem schönen Palast sitzt der vielbewunderte König Salomon schreibt. Die Gnade des Königs ist wie der Tau auf dem Gras. Das heißt ja, ich rühm die Gnade, die mir heilgebracht. Es meine doch keiner, der König spreche hier von sich selbst und seiner Gnade. Wenn es so wäre, wäre er nicht der Weise, sondern ein alberner Wicht. Nein, er spricht von der Gnade des Königs aller Könige. Er spricht von der Gnade, die in Jesus Christus zu uns gekommen ist. Sie ist wie der Tau auf dem Gras. Wir sehen im Geist den König Salomon am frühen Morgen auf die Terrasse seines Palastes treten. Die taube glänzten Gärten atmen Erquickung. Und der König ruft aus über vollem Herzen. Die Gnade Gottes ist wie der Tau auf dem Gras. So herrlich, so erquickend und mit Marien von Glut und dem großen Salomo preisen die Kinder Gottes die Gnade, die in Jesu Kreuz allen von ihren gewissen verurteilten Sünden offen steht. Herr, ich preise dich für deine Liebe und Macht. Ich rühm die Gnade, die mir heilgebracht. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.